Unter dem Vorwand eine ganz ganz schlimme Katastrophe abwenden zu wollen wie einem Coronavirus können ganz andere Dinge viel viel leichter umgesetzt werden, entweder als Begründung oder im Schatten dieses angeblich so gefährlichen Ereignisses durchgesetzt werden. Ich spreche hier von der Schließung des Palastes des Dalai Lamas. Er selbst, er darf ja keinen Fuß mehr nach China setzen und jetzt wurde auch dieses buddhistische Zentrum geschlossen. Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Ich habe hier diese ganz exklusive Meldung, die außer mir im europäischen und englischsprachigen Raum niemand bringt. Der Palast des Dalai Lamas wird gerade geschlossen bis auf weiteres bzw. auf unabsehbare Zeit. Und aus welcher Begründung heraus? Ja, die Begründung ist das angebliche Coronavirus, über das im Mainstream gerade so heftig berichtet wird. Als ich zum ersten Mal bemerkt hatte, dass in den Mainstream-Medien so heftig über dieses so ach so gefährliche angebliche Virus, welches angeblich quasi von nirgendwo her kommt, wo man gar nicht weiß, woher das kommt. Als ich bemerkte, dass das in den Staatsmedien so heftig berichtet wird, da hatte ich plötzlich gar keine Angst mehr darüber oder davor. Also ich habe in einer indischen Zeitung entdeckt und hier habe ich wirklich tief recherchiert, weil ich nicht glauben konnte, dass das hier wirklich eine ernsthafte Gefahr ist. Und hinter diesen Dingen, die hier so ganz, ganz gefährlich dargestellt werden, häufig andere Dinge im Windschatten laufen bzw. Begründungen liefern für die Einschränkungen von Bürgerrechten und dem Fall Religionsfreiheit. Also das Coronavirus, das wurde herangezogen zur Begründung der Schließung des buddhistischen Zentrums des Dalai Lama. Ich zitiere aus der Zeitung, die mir hier, die Online-Ausgabe, die mir hier quasi in die Hände fiel. Weil ich zitiere, der Potala-Palast in Tibet ist ein wichtiges Glaubenszentrum für Menschen, die an den Buddhismus glauben. Eine große Anzahl von Menschen kommt hierher, um spirituellen Frieden und Tourismus zu fördern. China hat argumentiert, dass dieser Palast geschlossen wurde, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Unter dem Deckmantel die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, hat die chinesische Regierung eine strategische Entscheidung getroffen. Die chinesische Regierung hat den Potala-Palast, die offizielle Residenz des buddhistischen Gurus Dalai Lama in Tibet, von heute bis auf unbestimmte Zeit geschlossen. Und wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, in ganzen Städten wurde hier eine Quarantäne verhängt in China. Allerdings, dieser Palast, der ist wie weit entfernt? 3.500 Kilometer entfernt. Ja, und die deutschen Zeitungen, die Staatsmedien, die sprechen von einem dramatischen, dramatischen, dramatischen Anstieg der Krankheitsfälle. Ja, ich will das mal in Relation setzen. Also ganz aktuell sind 40, 80 oder gar womöglich im Moment 90 Tote zu verzeichnen in einer Millionenstadt. Allerdings gibt es auch ein Krankenhausvirus oder Krankenhauskeime, kein Virus, aber Keime. Und da sterben allein in Deutschland eine fünfstellige Zahl. Allein in Deutschland jährlich stirbt an Krankenhauskeimen eine fünfstellige Zahl an Menschen. Seien es jetzt nun 40.000 oder 20.000 oder 10.000, das sollen andere entscheiden. Naja, aber in Deutschland allein sterben vielleicht sind es auch mehr als 40.000 Menschen. Ja, die Krankenkassen, die halten das womöglich auch nicht gar so öffentlich oder die Merkel-Regierung. Naja, also wo findet diese Epidemie, diese angebliche Stadt oder wo ist die ausgebrochen? Ja, über den Ursprungen. Naja, es gibt da so Theorien. Jeder möge mal da recherchieren. Bill Gates hat da womöglich was damit zu tun, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Also, was ist denn eigentlich China? Ja, wie kann man denn den Angaben von dort wirklich vertrauen? Naja, also hier wird ja ein hohes, ja, ein hoher Lobgesang auf China stetig ausgebracht. Von unserer geliebten Führerin Merkel und ihren Politkobolden und auch von Merkels Vorstehern der Industriekombinate in der BRD. Okay, jetzt frage ich mal so, einfach mal so eine Testfrage, wie viele Parteien gibt es denn in China? Ja, du weißt es nicht oder du ahnst es, ja, es gibt genau eine einzige Partei, das ist die kommunistische und es gibt keine einzige andere Partei. Okay, naja, Vergleiche zu der BRD erspare ich mir jetzt. Ich will auf die Verfassung in China einmal hinweisen. Wovon ist hier die Rede? Im Artikel 1, also dem wichtigsten Artikel der Verfassung der Volksrepublik China, also Volksrepublik China, ja, Ja, es existiert in China eine, Zitat aus der Verfassung, erste Artikel, Diktatur des Volkes, Zitat Ende, ja. Und ja, jetzt kannst du natürlich sagen, das ist eine demokratische Diktatur. Ja, schon klar. Gut, ich will da nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das eine selbsterklärte Diktatur. Nur, naja, so weit sind wir hier noch nicht in der BRD. Hier sprechen wir von einer Demokratie. Aber, naja, der Lobgesang auf China und stets wird hier auf China verwiesen, auch von Merkel jetzt in Davos, beziehungsweise auf die Langsamkeit einer Demokratie. Naja, ich will das nur mal hier so einwerfen. Jetzt will ich mal ganz allgemein auch nochmal sprechen zu möglicher Täuschung und Kriegstaktik, ja, wie die, wie sowas zustande kommen kann. Und hier habe ich einen interessanten Beitrag, in dem ein CIA-Mitarbeiter spricht. Übrigens habe ich diesen Beitrag auf YouTube gefunden. Wer weiß, wie lange der noch ist. Und da heißt es, dass die CIA eben Falschinformationen aktuell, Zitat, von, also das spricht ein CIA-Mitarbeiter, sagt das, Zitat, Falschinformationen lässt die CIA aktuell, Zitat, von CNN, NBC, CBS und der New York Times verbreiten. Und weiter führt der CIA-Mitarbeiter fort, das Fernsehen, Satellitenaufnahmen und das Internet eröffnen uns Möglichkeiten für Täuschungsstrategien auf allen Ebenen, Zitat Ende. Ich will das hier mal so, ja, wenn du willst, zusammenhanglos hier einwerfen. Naja, ich hier darf hier zwar noch reden, aber meine Reichweite auf meinem YouTube-Kanal ist extrem eingeschränkt. Ich habe eine Rückmeldung von YouTube erhalten, dass mein letztes Video eine Click-Through-Ratio hat, also von über 25%. Das heißt, irgendwo, wo mein Video eingeblendet wurde, dort klickten ein Viertel aller Leute auf dieses Video. Ja, normalerweise klicken nur 2 bis 5% auf so ein Video. Da müsst ihr ja mein Video hochschießen ohne Ende. Tut es aber nicht, weil eben ich keine Impressionen erhalte auf YouTube, so wie viele andere. Also es wird gar nicht angezeigt, Impressionen, ja. Ja. Also. Und vielleicht hast du schon bemerkt, dass egal welche Zeitung, welchen Kanal, welche TV-Station du einschaltest, die offiziellen Medien teilen uns sogar zum Teil wortgleich dasselbe mit. Also die machen sich noch nicht einmal die Mühe, hier entsprechend umzuformulieren. Es wird zum Teil wortgleich berichtet. Das solltet ihr zu denken geben generell und jetzt auch zu diesem Corona-Fall. Also wie gesagt, bei mir fiel die Angst ganz plötzlich ab über dieses Virus, als ich mitbekommen habe, dass das in den Mainstream-Medien rauf und runter läuft. Also da kann ich das nicht ganz so glauben, dass das so gefährlich sein kann. Und da verschlägt es einem manchmal die Sprache, wie Medien hier Dinge nicht in den richtigen Zusammenhang bringen. Also ich wiederhole nochmal, 10.000 bis 40.000 Tote in der BRD pro Jahr allein durch Krankheitskeime. Ja, darüber berichtet in der ARD, in der ARD und ZDF berichtet die letzten Wochen niemand. Naja, und da kann ich weltweit schauen. Es gibt kaum Unterschiede in der BRD, ohnehin nicht. Und hier habe ich mich eben auf die Suche begeben nach Informationen, aktiv und habe insbesondere gesucht nach Informationen in Ländern, wo einigermaßen freie Presse noch herrscht, wo bestimmte Einflüsse, wo man bestimmte Einflüsse auch zurückhält, ganz bewusst. Und das ist insbesondere in Indien. Ich hatte auch schon interessante Beiträge hier auf meinem YouTube-Kanal aus Ungarn. Vielleicht folgen auch mal Beiträge aus Brasilien. Das mag sein. Übrigens, wer es noch nicht wusste, das nur am Rande. In Indien fühlt man sich bedroht durch Pakistan. Das ist der eigentliche wichtige Konflikt, der hier im Moment ansteht. Eine der letzten freien Nationen ist bedroht. Und vielleicht bringe ich auch noch einmal was zur Einbürgerung, zur Staatsangehörigkeit. Das Gesetz, was hier neu ist in Indien, das kann gut sein. Hier werden insbesondere, eine ganz bestimmte Religion wird hier nach Möglichkeit draußen gehalten, die insbesondere in Pakistan sehr häufig verbreitet, sehr verbreitet ist. Naja, und die Staatsmedien, naja, wenn sie so einheitlich berichten, sie sind Mitschuld an Toten mit jedem Publikationsorgan, mit jedem, mit jeder TV-Station, mit jedem Beitrag, mit jedem Artikel, mit jedem Absatz, mit jedem Wort, mit jedem Buchstaben, sind sie Mitschuld an den Toten, die sie verursachen mit ihren Lücken, Informationen und ihren Lügen. Ja, also das ist meine ganz persönliche Auffassung und noch äußere ich sie allerdings eben mit entsprechender Diffamierung aus den Staatsmedien. Ich persönlich hätte auch gern einmal ein Budget von 400.000, 500.000 im Jahr allein für mich. Ja, so wie ARD und ZDF, da würde ich allerdings eine ganze TV-Station damit aufbauen und nicht nur ein Einzelgehalt, ja, so wie bei Klaus Kleber oder anderen, die, wie man mutmaßt, derartige Gehälter erhalten. Na ja, erst einmal soweit. Bitte unbedingt hier abonnieren und diesen Kanal WIM und Daumen rauf, würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, die Informationen, insbesondere die Links, die ich hier zu dem Thema gesammelt habe, die befinden sich unter diesem Video. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für die Aufmerksamkeit.